Die Wiesngröße aus dem Höllenblitz werden präsentiert von Möbel Höfner. Oh Gott. Mein Name ist etwas komplizierter. Oh! Mein Name ist Deich und ich komme aus Hilfestung in den Niederlanden. Das ist 25 Kilometer von Amsterdam aus. Dominik, 23, aus Würfburg. Hey! Juhu! 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 Mega, 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 mega. Spektakulär. Genial! Das ist echt klasse! Uwa, uwa! Jolla! Jolli! 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 Häng los! Jolli! Jolli! Und ein bisschen dunkel hier drin. Meine Familie zu Hause. Grün Haar, Stasia. Meine Freundin in Holland. Meine Mutter, mein Vater, genau. Meine Mutter, meine Mutter, meine Vater, genau. Meine Mama natürlich, obwohl ich wage zu bezweifeln, dass sie das hier sehen wird. Ansonsten Mediaklinik Berlin-Klado. Ja, die drei, die mich hier reingeschubst haben und draußen stehen! Oh! Wahnsinn!